der dürfte über sportplatz runter gegangen sein oder sowas wieder warte warte nicht respawn nicht respawn nein ist keine cheater ist ein apc markier mal ungefähr wo du liegt im haus von hektor ja in dem haus wo hektor drin ist würde ich marschellen ja da wird auch mal markiert von wem wurde sie getötet ja der ist tot der wurde gerade ja ich glaube es kommt da noch ein dicker von denen den schützenpanzer nicht mehr der fährt gerade warte mal die lassen dann raus aber der ist zu hoch der typ wo war der denn auf dem hügel voropfer auf dem 719 meter und 79 zwischen den beiden hauptstraßen steht aber nicht und da sitzt metwurst was hat gerade den typen getötet der mich überhalten wollte irgendwas ist auch auf mich ja das ist mein problem ist alles auf mich wollte ich mal smoken ich bin ja dabei hier noch einen anderen weil direkt vor mir gelandet ist die leute also hätte den morag schon längst zerschossen roi hat zum glück mit der außen stehen geblieben was ist mit dem typen von uns jetzt hier weil marvin hat er gerade irgendwas im schlüssel kann auch er kommt es das ist ich schaue der besten trailer davon an dass ich kann das halten computer also im spiel das rauskommt jetzt demnächst oder irgendwann die in der nächsten zeit rauskommt kommt glaube ich das ist nicht der hat er getroffen ja ja dann schick mir mal einen link ich schick dir jetzt keinen link ich bin ja mitten im gefecht ja wie heißt das rainbow six siege äh tom tom clancy's rainbow six siege ja ich hole mir erst den typen da unten lol 30 meter geben verpiss dich da verpiss dich da ist irgendwo ein blauer level 4 mit der granate hat er mich weg geholt lol der ist direkt da beim haus da ist ein hummingbird gelandet das waren wir oder meistens gegnerischen ne ne der direkt am haus wo du gestorben bist da ist er gerade reingelaufen ja ich hab's gesehen danke navid dass du ihn endlich mal getötet hast ich komme nicht gleich überweilen war der das sich getötet hat wie hieß der olla connie oder so ja mit ja chris und olla connie ja na die falsch reichen der scheiß rauch ich hab keine ahnung ob die bluford fahrzeuge sind die da immer noch in der basis und noch kannst du mal einmal spotten bitte ich sehe sie nicht also ich beobachte gerade mit dem woher die blutkette wie viel meter der uns eben schon erledigt hat er ist wahrscheinlich doch in dem gleichen haus drin ja der ne der ist an den also er wird mir 100 meter der der uns eben schon mal getötet hat im haus da meint ihr ist der immer noch da drüben ich würde schon sagen 100 meter kommt dann gleich wieder kam ich habe ich schon gemacht also der lebt noch aber er steht ok jetzt nicht mehr hey johannes kannst du mal in meine richtung schauen ja das einzige was noch lebt strider gmg bei mich hier muss irgendwo 100 meter was über 100 meter oder da ist er ja 100 meter ist er noch in dem haus nee der ist nicht an den garagen ist er hat sich gerade gezeigt ich muss bloß hier aus dem laut ist ja kein ausgang ohne scheiß jetzt sag mal schießt bei dir irgendwas johannes mit der katiba die ganze zeit ja aber das ist der mate auf dem tower achso alter ich denke mir so es hört sich für mich ziemlich nah an ja ne aber das ist der hier auf dem tower bei mir was halt ihr von der madel nicht viel das ist so lächerlich alter diese scheiß karte das ist einfach nicht funktioniert so ein abfuck für mich oh hier liegt ein geflippter panther das ist die scheiß Wipe hat dir einfach langsamer fliegen können sich das Ding jetzt nicht ich geh nochmal wo vor Opfer habe ich gerade abgelogen sind zwei Quad Bugs und Temp ist draußen ähm Johannes der müsste wieder vorne stehen jetzt äh der Typ ja ich wurde auch schon geschossen ich geh mal kurz aufs Klo und bin ich wieder da ja ich kann ihn mir jetzt necken hab ihn sehr schön der hat sich ja nicht mehr auf mich konzentriert weil ich dachte oder weil er irgendwie dachte wahrscheinlich dass ich weg bin oder keine Ahnung Temp ist auf jeden Fall down ja ich seh den dahinten der kommt jetzt der kommt jetzt kommt der da? ja ich seh ihn die Landung war echt verkacken muss ich sagen nehm ich bin ein paar ja aber Hüllo Rot da war ein Hüllo Orange auf Hüllo Rot weil ich zu ich bin aus dem hier dann runtergeklatscht was du willst ein Pilot sein ey der will nicht sterben der Typ oder? hab ich nie behauptet ich hab's nicht so ne Ich hab's da... Ey, der Kran, alter der Kran ist grad umgeflogen. Geil. Nö, tu ich nicht. Es gibt bessere. Das bestimmt garantiert. Immer besser, Asad, du bist die Chinese. So. Da sind wir sehen. Oh, da ist einer in Ordnung. Da, wo ich jetzt bin, irgendwo, ist ein Feind. Ja, geil, ich hab keine Night Vision, Alter. Das ist so ein Abfuck, weil ich noch ohne gespawnt bin. Hast du einen? Ja, nice. Danke für den Kill-Assist. Ich bin jetzt mal so mutig, wenn ich überhalte ihn. Ey, ich weiß noch nicht, wo der Tipi da ist, der dann... Ja, weil der ist ja hinter das Haus hier gelaufen. Warte mal, war der grad da? Okay. Ich hab bloß nicht mehr so viel Schuss, das wär immer ein Problem. Oh Gott. Oh, Alter. Ja? Ja, der A, da läuft der, ja. Ja. Hast du ihn? Nee, der, der ist die Mauer umgefallen, ne? Und dahinter sitzt der, direkt dahinter sitzt der irgendwo. Oh fuck, ich bin tot. Scheiße, Alter, das ist so hässlich, dass ich jetzt kein Night Vision habe. Wer, der muss, der, hat der grad geschossen? Weil, das kann ja nicht sein, dass die auf... Ja. Ah, da hinten, schau mal. Ah. Oh, Junge. Komm schon, Fahrzeug, Fahrrad, schneller. Langsamer, schneller. Willi weg. Oh scheiße, ich hab auch gar keine Munition. Fuck, ich hab nur noch elf schon. Oh shit. Das sind immer so die Momente in Arma. Scheiße, schon wieder keine Munition. Ja, fuck. Das ist noch nie passiert, ich bin vorher immer gestorben. Huh. Pass auf, da an der Straße, da. Braucht ihr ein Ewag Bingo? Oh. Ja, ich weiß mal wo. Nein, er hat mich. Der hockt an der Straße. Von, an, links von, an, wenn du, wenn du die, ähm, diesen Graben weitergehst, rechts vom Graben, zwischen Graben und dem ersten Haus vorne an der Straße direkt. Oh, sorry. Wir haben auf jeden Fall jemanden, der uns mit dem AT-Launcher campt.